So meine Freunde, willkommen zurück hier zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder den Weg hierher gefunden habt. Und heute sind wir mal wieder als Survivor am Start mit dem guten Dwight. Aus dem einfachen Grund, ich muss mit dem Dwight vier Minuten vorm Killer abhauen für meine Daily, die habe ich schon seit gestern. Och nö! Huh, der gute Doc. Ja, ist immer ein bisschen doof, wenn man gegen Michael Myers spielt oder... Ja, gegen Michael Myers, ich habe nur gegen Michael Myers gespielt. Oder die Hexe. Aber, naja. Mal gucken, ob es gegen den guten Doc klappt. Zwei Minuten habe ich schon geschafft, fehlen halt nochmal zwei. Ja, moin, ich habe noch nicht einen Generator... Ich habe noch gar nichts gespielt. Ah, guck mal hier. Ich habe hier noch jemanden gehört. Hier macht jemand gerade einen Haken. Ach, da oben. Nice. Gut, wir machen hier mal schön den Generator fertig. Ich werde es nicht darauf ankommen lassen, mich vom Killer zu jagen. Was willst du von mir? Na zuckst. Danke. Denn ich habe mit dem guten Dwight so gut wie keine Perks, wie ihr unten an der Ecke seht. Ich habe nur Bindung. Das heißt, ich sehe Überlebende in einem Umkreis von... Weiß ich jetzt gar nicht, auf gelb? 16 Meter? 12 Meter? Ah, der kommt hier irgendwo im Bild, weil ich vom Doktor getroffen wurde. Der Fähigkeiten checkt, das ist ein bisschen ärgerlich. Ah, Alter. Ich glaube, wir sind so ein bisschen am Arsch, kann das sein? Ey! Ich werde jetzt nicht hinrennen und retten. Weil wenn jetzt alle sterben, dann gibt es wieder keine Chance, die Lücke zu finden. Die spawnen ja erst, wenn zwei Generatorn fertig sind. Also mache ich den hier mal noch schön fertig. Ne, guck, da hat er die gute Claudette nämlich auch erwischt. Ja, ich bin mit dem guten Dwight auch nur Stufe 10. Ich spiele ja am meisten Mech-Eye-Survivor. Die ich jetzt auch mittlerweile auf Level 40 gebracht habe. Das heißt, ich kann mit jedem Charakter ihre Perks lernen. Ich habe alle Teachable-Perks freigeschaltet. Also theoretisch könnte ich dann jetzt auch einen anderen Charakter spielen. Ja, moin. Scheiße! Nein! Ah, ich wollte die Palette umhauen. Ich gehe hier mal ganz gediegen... ...ein bisschen weiter weg. Da seht ihr es, Bindung schlägt an. Oh, das dürften sogar nur 8 Meter sein. So kann man sich natürlich ganz gut die Survivor suchen, wenn man Bindung halt auf einer höheren Stufe hat. Ah, er kämmt. Oder? So, wie wäre es, wenn du dich jetzt mal verziehst mit deiner Wahnsinnsstufe? Ich möchte dich eigentlich nicht bei mir in der Nähe haben. Los, hier packt mal mit an, Leute. Ja, das doppelte Blutpunktende-Wochenende nähert sich jetzt auch seinem Ende. Ähm, es ist jetzt 22.30 Uhr. Ich habe gerade erst angefangen zu spielen. Das heißt, so viele Punkte werde ich heute nicht mehr machen. Aber, naja, ich habe noch ein paar, äh, Offerings. Die werde ich jetzt nachher wahrscheinlich noch verspielen. Mit den Killern. Äh, mit einigen Überlebenden habe ich auch noch welche. Ähm, aber ich werde mir einige aufheben, weil das, ähm... Na, die Community-Herausforderung scheint nicht erfüllt zu werden. Es sollten ja 12 Millionen Survivor sich frei wickeln und, äh, 12 Millionen, äh, Survivor aufgehängt werden von den Killern. Also insgesamt beide zusammen. Und, ähm, die Community ist erst bei 6 Millionen angekommen. Das heißt, äh, das wird nichts mehr in zwei Stunden. Und, äh, ich bin mir nicht sicher, aber es kann gut sein, dass dadurch diese Punkte-Offerings verschwinden. Naja, und dann müssen wir bis zum nächsten Mal warten, bis wieder welche frei sind, ne? Guck mal, da hinten, da ist er. Der gute Herman. Der gute Doktor. Ist ein guter Killer. Wäre schön, wenn ihr den ein bisschen ablenkt. Damit ich hier... Dort ist er. It's you, boy, PewDiePie. Wer nennt sich so? Na gut, wer nennt sich Dragonfighter. Oh, sie, sie struggelt schon. Oh, ho, 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 ho. Schaffen wir das? Das könnten wir doch schaffen, sie zu retten. Ich bin auf dem Weg. Save's the day. Komm her, PewDiePie. Lass dich betatschen. Hey, bleib hier. Oh, das war's mit dem Medikit. Scheiße. Oh, er hat's in den Keller gebracht. Oh, das war knapp. So, Ausgänge sind offen. Ich hab hier noch ein Totem gesehen. Das sind immerhin 600... ...ein kaputtes. Hier war noch eins. Das holen wir uns mal. Oh, ich will mich nicht jagen lassen von ihm. Aber ich muss... Ich bin halt nicht gut darin, den Killer zu entkommen. Oh, fuck. Wir schaffen das auch nicht mehr, sie zu retten. Ausgang ist hier. Komm an, hier. Raus. Huhu, huhu, duck face. Duck, duck dance, duck dance. You have a duck umher. Ach, guck mal, da kommt er. Huhu, huhu. Huhu. Boah, scheiße. Ich muss raus. Man sollte nicht mit dem Feuer spielen. Oh, ich hab übersteuert noch ein bisschen. Mal gucken. Vielleicht werde ich mich demnächst mal ein bisschen mehr mit Audacity beschäftigen, damit ich die Tonspur vielleicht ein bisschen anders bearbeiten kann. Aber wir haben gut Punkte gesammelt. 31.000 Punkte müsste ich haben. Ich hatte noch irgendwas mit 1.000. Was? Hugh Spins, Doktor, kill yourself, dude. Hä? Warum hat er sich selbst gekillt? Manchmal verstehe ich nicht, was die Survivor da schreiben. Genau, 15.000 und die haben sich verdoppelt. Nice. Ja, das war mal eine schöne Survivor-Runde, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, spare ich die Blutpunkte jetzt noch? Ich hab eigentlich vor, die jetzt alle so nach und nach auf 40 zu bringen, damit ich die ganzen Teachable-Perks frei habe. Ähm, ja, das... Dafür würde ich gerne... Ah, das... Da muss man wieder so viel sparen, ne? Für die gute Meg, die würde ich auch gerne, ähm, aus Prestige bringen. Ich hab gar nicht mit ihr so viel, was ich verspielen müsste. Ich hab mit ihr irgendwie nicht so viel gesammelt, also das geht voll klar. Ah, aber hier hab ich noch... Genau, ah. Gut. Da ist auch nicht so viel ein Kuchen. Hier zwei so eine Primel, ja, und da kann man alles mal schnell verspielen, ne? Ja, den Killer, äh, den Trapper hab ich mittlerweile einmal, äh, prestigiert. Ja, den guten Ewan McMillan, der ist mittlerweile wieder Level 17. Da hab ich, äh, 600 Blut... 600 Blutpunkte, 600.000 Blutpunkte nochmal reingepumpt. Aber er ist momentan halt, äh, nicht so gut. Wir haben Erregung, wir haben brutale Stärke. Ja. Ich werd den wahrscheinlich erst wieder spielen, wenn er vier Perk-Slots hat, ne? Dann könnte man noch Strider mit reinnehmen und... Ja, verstört eventuell hab ich ganz gerne dabei gehabt bis jetzt. Gibt halt ein paar mehr Punkte. Spiele mit dem Essen wär vielleicht auch mal ne Möglichkeit, ne? Das, äh, das, äh... Ja, wir haben dann halt ein Ziel und, äh, immer wenn wir den entkommen lassen, kriegen wir einen Geschwindigkeitsboost. Das kann man, äh, glaub ich, bis zu dreimal stacken. Und mit jedem Schlag verliert man ihn dann, glaub ich, wieder. Na, das geht aber nur, solange halt das Ziel am Leben ist. Das ist halt ein Perk von Michael. Ich glaub, ich nehm jetzt noch ne Killer-Runde auf. Äh. Wem spielen wir denn mal? Ich hab mit dem guten Geist die ne Daily. Dann würd ich sagen, äh... Nächste Folge... Äh, begutachten ist einfach nach der grüne Augen. Nice. Gucken wir uns mal den guten Geist die an in der nächsten Runde. Ach, Mist, der Bing-Bong, das ist... Ah, das war der Skin. Ja, nächste Runde gibt's ne Killer-Runde mit Geist. Die würd mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, haut rein.